Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem Wetter.net-Spezial. Ja, erstmal vielen Dank für die zahlreichen Glückwünsche. Ja, und beim Wetter gibt es ja heute wirklich einiges zu sehen. Extrem Wetter in Deutschland. Der Süden Bayerns säuft ab. In den Hochlagen der Alpen fällt teilweise Schnee. Die Autobahn A8 steht unter Wasser. Also die Strecke München-Salzburg ist bei Fraßdorf teilweise unterbrochen. Die Fahrbahn ist überflutet. Und morgen geht es ganz anders weiter. Da kommt dann die Sonne, die Trockenheit und die große Hitze Richtung Wochenende. Da bahnt sich eine größere Hitzewelle für ganz Deutschland an. Doch zunächst mal der Blick auf die aktuellen Niederschlagssummen. Und zwar auf die Summen von gestern Morgen 8 Uhr bis heute Morgen 8 Uhr. Und da sehen wir, rund um den Chiemsee war es sehr nass. 133 Liter Regen pro Quadratmeter. Irschenberg 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Rosenheim 93 Liter. Reit im Winkel 80. Kempten 56. Und München 41 Liter Regen pro Quadratmeter. Ja, in dem großen, breiten Dürrestreifen vom Saarland über Rheinland-Pfalz bis nach Hessen, Thüringen, Sachsen, da würde man sich über ein bisschen Regen davon freuen. Aber der Regen kommt immer wieder an der gleichen Stelle runter. Und der Rest sitzt einfach weiterhin auf dem Trockenen. Ja, da blickt mal auf den Mangfaller. Und wir sehen, der lag zeitweise mit einem Wasserstand von 50 Zentimetern relativ niedrig. Aber heute Morgen, da ist er deutlich angestiegen. Teilweise knapp unter 2,50 Meter. Aber die Prognose für heute ist noch knapp unter 3 Meter. Und damit wird die Hochwassermeldestufe 4, die höchste Meldestufe, überschritten. Es gibt also zum Teil Überschwemmungen. Ja, und das ist kein Wunder, denn es gibt weiterhin Niederschläge. Hier mal der aktuelle Niederschlagsfilm. In den Alpen fällt teilweise noch Schnee. Und zum Nachmittagabend, da hören die Regenfeldern langsam auch. Und morgen ist es dann in ganz Deutschland trocken. Die Sonne kommt raus, Hochdetlef kommt. Und dann startet der Hochsommer so richtig durch. Ja, mal der Blick in die italienischen Alpen. Da stilft der Joch gestern noch relativ unspektakulär. Ein paar Wolken am Himmel, ein bisschen trüb. Aber ja, von Schnee weit und breit nicht zu sehen. Und heute früh sah es dort so aus. Dick eingeschneit, die Straße schneebedeckt. Teilweise 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee über Nacht. Das versteht man in den Alpen unter einem Wetterwechsel. Ja, und wer kommt das Ganze? Na, wir haben hier ein Tiefliegen bei Italien. Das pumpt eben feuchte Luft Richtung Alpen. Daraus regnet es zum Teil richtig heftig. Aber in höheren Lagen fällt auch Schnee. Ja, und wie gesagt, in Bayern gab es eben sehr starken Regen. Weit über 100 Liter Regen pro Quadratmeter lokal. Aber hier kommt schon unser Sommerhoch. Unser Hochsommerhoch Detlef herangezogen. Und hier aus Südwesten, diese heißen Luftmassen, die strömen in den nächsten Tagen zu uns nach Deutschland. Und das heißt, ab morgen gibt es Sonne satt, steigende Temperaturen. Aber es wird auch sehr heiß werden. Am Wochenende teilweise im Westen über 35 Grad. Und die Nächte sind vielfach unerträglich. Manchmal sinkt die Temperatur in einigen Ballungsräumen nicht unter die 20 Grad Marke. Ja, das war's vom Wetter hier bei wetter.net. Mein Name ist Dominik Jung. Ich bin Diplom-Meteorologe bei wetter.net. Und wem unser Wetter-Video gefallen hat, der lässt gerne einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, bitte abonniert doch unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Dienstag.